ja leute ein neues video am start heute die wko flashbang vom lidl klassiker gegen die double flash ebenfalls vom lidl single shot mit zwei stufen effekt zehn stück und die normalen flashbang hat halt nur ein einschuss ein blitzknall fangen wir mal an mit diesen flashbang jetzt mal gleichzeitig ich muss echt sagen ist immer wieder eine kaufempfehlung diese kleinen flashbangs wirklich mega nice und jetzt im gegenzug mal die double flash von lidl die haben auch verschiedene farben jetzt am tag kann man es nicht so gut hören aber wahrscheinlich halt den knall sehr sehr gut vergleichen ihr habt gesehen die teile sind sogar mit farbigen zerlegen richtigen bouquet mal den blauen und jetzt wieder drei stück double flash auf schlag ja also das sind auch sehr sehr schöne bombenrohre muss ich sagen double flash habe ich dieses jahr das erste mal getestet wirklich nice wie so ein einzeln schuss aus einer batterie wirklich top ja 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 ja